Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit essen und pressen wir sie besonders gerne. Orangen und andere Zitrusfrüchte gehören einfach ins Nikolosackerl oder in unseren Punsch. Doch dabei schwimmt oft eine unsichtbare Gefahr mit. Um einen Schimmelbefall während der Lagerung und dem Transport zu vermeiden, wird das Obst nach wie vor mit gefährlichen Spritzmitteln behandelt. Zum Beispiel Imazalil, Thiabendazol, Prochloraz, Pyrimethanil, also bis zu sechs verschiedene Mittel gibt es da. Und bei den meisten von denen gibt es Hinweise, dass die krebserregend oder fortpflanzungsschädigend sein könnten. Und zum Beispiel das häufigst eingesetzte Nach-Erntebehandlungsmittel, das heißt Imazalil, das ist sogar von der EU in Stufe 2, also Krebserregend Stufe 2 eingestuft. Das bedeutet, es könnte vermutlich Krebs erregen. Global 2000 hat 50 Marktproben gezogen, Orangen, Mandarinen, Zitronen und Limetten. Von den Zitrusfrüchten waren zwölf als Bio gekennzeichnet. Alle Früchte wurden auf Pestizidrückstände untersucht. Das Ergebnis war erschreckend. Und dann ist herausgekommen, dass bei allen zwölf Bioproben, da war überhaupt gar nichts drauf, keine Rückstände von chemisch-synthetischen Pestiziden. Also die waren komplett sauber. Und bei den 38 konventionellen Proben waren überall Pestizide drauf. In 95 Prozent der Fälle sogar mehrere Pestizide, also so ein Pestizid-Cocktail kann man da schon richtig sagen, bis zu sechs verschiedene Wirkstoffe. Dabei wären viele Pestizide und Chemikalien eigentlich vermeidbar. Auch innerhalb der EU werden Orangen nach der Ernte nochmals behandelt, wenn sie noch grün und nicht orange genug sind. Die Greening nennt sich dieser Prozess und dient rein der Bedienung von Konsumentenerwartungen. Die Farbe entwickelt sich unregelmäßig und hat nichts mit dem Reifegrad zu tun. Es kann sein, dass eine Mandarine noch grün ist, aber trotzdem schon reif. Oder sie ist orange, aber noch nicht reif. Weil die Farbe entwickelt sich erst, wenn bestimmte Temperaturen in der Nacht unterschritten werden. Dann werden die Früchte orange. Es hat aber nichts mit dem Reifegrad zu tun. Sie werden mit diesem Pflanzenhormon Ethylen begast. Das ist an und für sich unschädlich, aber weil das den Alterungsprozess fördert, können die Früchte schneller schimmeln oder sind eben krankheitsanfälliger. Und dann müssen sie wieder mit Pestiziden vorbeugend behandelt werden, damit die Früchte nicht schimmeln. Die Auswahl im Laden ist groß und es ist nicht immer leicht zu erkennen, ob die Orangen, Zitronen oder Mandarinen chemisch behandelt, die greened wurden oder völlig unbehandelt sind. Zitrusfrüchte gehören eigentlich zu den Früchten mit den meisten Pestizidrückständen. Aber das ist vor allem, weil die Pestizide hauptsächlich auf der Schale sind. Darum ist das auch anders geregelt als zum Beispiel bei einem Apfel. Aber wenn jetzt gerade in der Weihnachtszeit, wenn man Kekse backt, im Punsch, wenn man Orangenschalenmarmelade macht, da wird eben die Schale verwendet. Und das ist dann eigentlich gesetzlich nicht geregelt, dass auf der Schale nicht so viele Pestizide sein sollten. Und darum haben wir diesen Test gemacht, um zu zeigen, dass die Früchte eben wirklich belastet sind und man aufpassen soll, wenn man die Schale verwendet. Sogar der Begriff unbehandelt wird von vielen Konsumenten völlig missverstanden. In vielen Fällen war eben Früchte, wo steht unbehandelt, aber da waren auch bis zu drei verschiedene Pestizide drauf. Zum Beispiel ein Wirkstoff, der heißt Chlorpyrifos. Der ist auch in der EU in letzter Zeit ganz neu eingestuft worden, als 20 Mal giftiger, als er bisher eingestuft wurde. Der steht auch im Verdacht, dass er bei Kindern ADHS fördern kann und ein Nervengift ist. Und dieser Wirkstoff ist auf einer Frucht, wo steht unbehandelt. Weil unbehandelt bedeutet nach der Ernte nicht behandelt, aber nicht während der Produktion nicht behandelt. Mein Tipp, nach dem Schälen die Hände waschen, und zwar vor dem Essen. Und wenn man wirklich sicher sein will, Bio kaufen. Also, will man die Schale der Früchte verwenden, sollte man stets zu Bio greifen. Und Händewaschen nach dem Schälen kann nie schaden. Beachtet man diese Tipps, steht dem Genuss der gesunden Vitaminbomben aus dem Nikolosackerl nichts im Wege.